Hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Ich zeige euch heute, wie dieser Automat hier funktioniert. Wir können hier nämlich einen Token reinwerfen, zack, und dann passiert irgendwas. In dem Fall haben wir jetzt einen Kohle- und zwei Goldblöcke bekommen. Das ist leider ein Verlust. Damit wir gewinnen, müssen wir nämlich drei Goldblöcke ziehen. Das bedeutet, aus jedem Dispenser muss ein Goldblock kommen. So, wir versuchen das Ganze einfach nochmal. Schade, wir haben leider nochmal einen Kohleblock bekommen. Dann noch ein drittes Mal und diesmal haben wir drei Goldblöcke bekommen. Jetzt sollten wir nämlich, zack, hier, ihr habt es gesehen, unseren Gewinn bekommen. In diesem Fall einen Beacon. Das könnt ihr natürlich selber anpassen, was der Gewinn ist. Und damit würde ich sagen, beginnen wir mit dem kleinen Tutorial. Vorweg erstmal, falls ihr das Video bzw. Tutorial zu dem Token-System hier nicht gesehen habt. Also falls ihr nicht wisst, was das hier ist, klickt mal jetzt rechts oben auf das i und schaut euch dieses Video zuerst an. Das ist nämlich Grundlage für dieses und alle weiteren Tutorials zu den Spielautomaten. Kommen wir nun zum eigentlichen Spielautomat. Ich zeige euch mal ganz kurz hier hinten die komprimierte und fertige Version von mir. Falls ihr dazu übrigens ein Baututorial sehen wollt. Also es ist ja schön und gut, dass ich euch das erkläre und ihr verstanden habt, wie das funktioniert. Aber falls ihr hier so eine komprimierte Form haben wollt, dann schreibt das mal unten in die Kommentare. Dann werde ich nochmal ein eigenes Video dazu machen, wo ich diesen Automaten quasi aufbaue. Und ihr könnt den einfach nachbauen. Wir beginnen allerdings zuerst mit dieser etwas größeren Version. Da habe ich es nämlich einfacher, euch das zu erklären. Und ihr werdet es leichter verstehen. So, zuallererst gucken wir erstmal. Wir brauchen nämlich den Output, das kleine Stromsignal, von dem ich in der Token-Systemfolge ganz oft gesprochen habe. Und der ist nämlich hier vorne bei dieser roten Wolle. Dieser kleine Output wird nämlich benötigt, um hier vorne den ganzen Mechanismus anzusteuern. Und wir schauen als allererst mal, wo das Signal hingeht. Wir sehen nämlich, von hier vorne kommt das Signal einmal hier um die Ecke. Geht hier in zwei Repeater rein. Die sind auf dem letzten Delay. Ganz einfach, dass es ein bisschen zeitverzögert ist. Das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Und wir kommen hier vorne schon zur ersten Redstone-Kreuzung. Zuallererst gehen wir mal nach oben. Also geht hier einmal die Redstone-Leitung bis nach oben. Verläuft hier über die Blöcke. Bepowert damit die Dropper, die dann eben entweder einen Goldblock oder einen Kohleblock ausspucken. Sollten alle drei die Goldblöcke ausspucken, dann hat man eben gewonnen. Das ist quasi der erste Teil von diesem Automat. Kommen wir nun zum zweiten Teil, und zwar dem Auffangmechanismus. Die Gold- und Kohleblöcke müssen nämlich aufgefangen und ausgelesen werden. Der Automat soll ja schließlich erkennen, ob drei Goldblöcke oder nur ein Kohleblock und zwei Goldblöcke. Also im Endeffekt, ob ein Gewinn oder ein Verlust da ist. Dazu verfolgen wir als allererstes mal hier die andere Kreuzung. Hier sind nämlich auch drei Repeater auf dem letzten Delay. Und hier, die gehen in eine Redstone-Fackel, die aktuell an ist und die Trichter hier vorne sperrt. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was passiert, wenn wir da ein Signal draufsetzen. Zack, ihr seht, hier geht ein Signal durch. Ihr habt gesehen, die Redstone-Linien hier sind einmal ganz kurz ausgegangen. Und direkt wieder an. Das lag daran, dass die Fackel kurz deaktiviert war. Ich erkläre euch jetzt, warum wir das Ganze machen. Denn hier vorne kommen ja die Gold- bzw. Kohleblöcke raus. Und damit die eben liegen bleiben, müssen wir die Trichter bepowern. Ist nämlich ein Trichter bepowert, dann lässt er das Item, das von oben kommt, nicht reinfallen. Das bedeutet, dieser Glasblock bleibt jetzt so lange darauf liegen, bis er entweder despawnt oder wir hier hinten das Redstone-Signal kurz ausschalten. Ihr seht, der liegt immer noch drauf. Ich habe jetzt hier mal einen normalen Trichter hingesetzt. Sollten wir hier irgendeinen Block reinwerfen. Ihr seht, der ist direkt weg. Und das Ganze hat den folgenden Hintergrund. Wir wollen ja sehen, ob wir gewonnen oder verloren haben. Und wenn die Blöcke, die da rauskommen, direkt wieder eingesammelt werden, kann man ja gar nicht richtig gucken, ob da jetzt drei Goldblöcke waren oder nicht. Dementsprechend haben wir ein ganz kurzes Signal, das eben diese Blöcke hier kurz liegen lässt, dann kurz ausgeht. Die Blöcke gehen in die Trichter rein und die nächste Runde könnte beginnen. Nun haben wir den oberen Automaten verstanden und kommen zur untersten Ebene. Die unterste Ebene checkt einfach, ob hier drei Goldblöcke sind, also ein Gewinn. Wenn ja, dann sendet ihr den Redstone-Signal an einen Dispenser aus. Der kann eben dann in dem Fall Diamanten oder auch Beacons oder sonst irgendwelche Gewinne rauswerfen. Und dazu schauen wir jetzt erstmal, was hier unten passiert. Wenn nämlich ein Goldblock oder ein Kohleblock hier oben in den Trichter reinfällt, haben die zwei Möglichkeiten. Der Kohleblock wird hier einmal rechts rum gehen, nach unten und in die Kiste. Und der Goldblock, der nimmt den kleinen Abstecher hier in diesen Trichter. Hier können nämlich nur Goldblöcke rein. Sollte also hier ein Goldblock drin liegen, wird der nach hier unten gezogen. Deswegen, dieser Mechanismus erkennt quasi, dass hier ein Goldblock drin ist, lässt den hier weiter durch und in die Kiste wandern. Ich erkläre euch jetzt, was genau hier passiert. Und zuallererst möchte ich mal erwähnen, dass wir genau diesen Mechanismus, wenn wir das hier jetzt mal ignorieren, genau diesen Mechanismus haben wir schon im Token-System gebaut. Dementsprechend sollte das manchen schon bekannt sein. Und zu dem Output hinten komme ich gleich nochmal. Ihr seht, wir haben hier unten eine Redstone-Fackel. Diese Redstone-Fackel sorgt dafür, dass diese beiden Trichter hier gesperrt sind. Das bedeutet, ich habe ja schon erklärt, wenn Redstone auf einen Trichter einwirkt, können keine Items durchrutschen. Das ist genau hier der Fall. Sollten allerdings genügend Items in diesem Trichter sein. Ich demonstriere das jetzt mal ganz kurz. Erkennt das dieser Komparator? Er sendet ein Redstone-Signal bis hierhin. Dieses Redstone-Signal wird hier weitergeleitet in diesen Repeater. Und der macht die Fackel aus, sodass die Items durchrutschen können. So haben wir immer eine bestimmte Anzahl, in diesem Fall 18 und 4 Blöcke, also 22 Blöcke, in einem Trichter. Sollte ein 23. Block hier reinfallen, rutscht er dann quasi durch, weil die Fackel hier ausgeht. Dieses Prinzip wird auch verwendet, um beispielsweise Items zu sortieren bei automatischen Lagern und so. Vielleicht kennt ihr das daher und wir schauen jetzt erstmal, wohin dieser Repeater, beziehungsweise das Redstone-Signal hier weitergeht. Ich habe ja schon gezeigt, wenn hier genügend Blöcke drin sind, geht das Redstone-Signal hier bis nach hier vorne und bepowert dann diesen Repeater. Aber es bepowert noch einen zweiten Repeater und zwar den hier, das habt ihr gerade gesehen. Und dieser Repeater sendet einfach ein Signal hierher und lässt diese Fackel ausgehen. Ich zeige das Ganze nochmal ganz kurz. Wir werfen hier Goldblöcke rein, gehen nach vorne und ihr seht, diese Redstone-Fackel ist aus. Was wir jetzt hier vorne haben, ist ein Und-Gate. Dieses Und-Gate erkläre ich euch jetzt auch nochmal ganz kurz, damit wir alle verstanden haben, was jetzt hier überhaupt passiert. Ein Und-Gate hat immer einen Ausgang, das ist der hier vorne und zwei oder sogar mehr Eingänge. Bei einem Und-Gate, das sagt der Name schon, wird gecheckt, ob hier und hier ein Redstone-Signal eingeht. Sollte nur bei einem Block hier ein Redstone-Signal eingehen. Ihr seht, die Fackel hier ist aus, diese Redstone-Linie ist aber trotzdem noch an und diese Fackel ist auch immer noch aus, weil hier vorne diese Redstone-Fackel noch an ist. Sollte diese allerdings auch ausgehen, seht ihr, die ganze Linie geht aus und hier vorne geht die Fackel an. Dementsprechend könnten wir jetzt hier beispielsweise irgendwie eine Redstone-Lampe hinpacken oder so, die wäre dann an. Sollte jetzt eines dieser Signale wieder abgebrochen sein oder sogar beide, seht ihr, die Lampe geht hier direkt wieder aus, weil dieses Redstone-Signal hier wieder bepowert ist. Also nur wenn beide oder alle Linien, die hier reingesteuert werden, an sind, nur dann wird es einen Output geben. Und genau dieses Prinzip machen wir uns hier zunutze. Sollten bei allen drei, also bei dem und bei dem und bei dem hier ein Redstone-Signal kommen. Ich demonstriere das jetzt hier ganz kurz mal. Zack, ihr seht, die Redstone-Linie hier ist ausgegangen. Hier vorne ist ein Signal draufgegangen. Das geht bis hier oben zu unserem Dropper und der droppt dann im Endeffekt unseren Gewinn raus. In dem Fall habe ich jetzt hier einen Diamant reingepackt. Ihr könnt hier allerdings auch irgendwie einfach Beacons reinpacken oder so. Das ist das Grundprinzip von diesem ganzen Mechanismus. Wir schauen uns jetzt gleich nochmal an, wie das Token-System hier hinten resettet wird. Denn sobald ich hier einmal einen Token eingeworfen habe, geht ja hier der Pisten nach oben und sendet hier ein Signal, sodass kein weiterer Token mehr nach unten rutscht. Und damit dieses Signal hier wieder resettet wird, muss von oben einmal ein Signal auf diesen Pisten kommen. Und das erkennen wir einfach, wenn unser Spiel fertig ist. Das bedeutet, immer wenn unser Spiel fertig ist, muss ein Signal ausgehen, das den Apparat resettet. Wichtig ist, dass das Signal erst gesendet wird, wenn das Spiel wirklich fertig ist. Ansonsten kann es natürlich zu Crashs kommen, wenn das nächste Spiel schon beginnt, während hier noch eins läuft. Ihr versteht mich, das wird nicht funktionieren. Dementsprechend schauen wir uns hier unten mal an, wo wir das Signal hier herziehen. Ich habe ja vorhin erklärt, dass die Gold- und Kohleblöcke, die hier reinfallen, entweder hier nach unten gehen und hier in die Kiste oder einmal hier rum und dann in die Kiste. Wie auch immer, beide Blöcke kommen am Ende durch diesen Trichter durch. Egal wie, die landen in dem Trichter und aus diesem Trichter können wir dann ein Signal rausziehen. Sollte nämlich hier jetzt ein Item durchlaufen, ich demonstriere das jetzt mal ganz kurz, indem ich hier ein paar Goldblöcke reinlege. Seht ihr hier, der Komparator erkennt das, sendet ein Signal in diesen Block. Das geht hier einmal weiter bis zum Kolben und der Kolben wird ganz kurz ausgefahren. In dem Fall war der jetzt ein bisschen länger ausgefahren, weil ich mehr Goldblöcke reingelegt habe. Wir werfen jetzt einfach mal nur einen Goldblock rein, zack. Und ihr seht, hier kommt nur ganz kurz ein Signal. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum das hier so einfach in den Trichter gegangen ist, obwohl die doch gesperrt sind. Ich habe hier hinten ganz kurz die Redstone-Leitung mal gekappt. Jetzt habe ich sie wieder hingebaut. Jetzt seht ihr, wenn ich einen Goldblock drauf werfe, der bleibt wieder darauf liegen. Ich habe es im Tokensystem-Video schon mal erwähnt. Ihr könnt, wenn ihr das Ganze jetzt hier verstanden habt, das Tokensystem auch an Casino-Automaten anschließen, die nicht von mir sind. Also die ich jetzt hier nicht erklärt habe, wie beispielsweise den hier. Ihr müsst einfach nur wissen, dass ihr hier einmal einen Output habt, der quasi hier alles Wichtige bepowern muss. In dem Fall hier oben einmal natürlich die Dispenser mit den Gold- und Kohleblöcken und hier unten auch, dass die Trichter kurzzeitig entsperrt werden. Und wir müssen gucken, wann das Spiel vorbei ist, um den Tokensystem-Automaten zu resetten. Dabei schauen wir einfach, ob hier ein Item durchfließt. Bei euch könnte das jetzt irgendwie anders aussehen, je nachdem, wie euer Automat eben aufgebaut ist. Da ihr nun das Grundprinzip von diesem Automaten verstanden habt und wisst, wie das hier alles funktioniert, können wir uns jetzt mal an die etwas kompaktere Version wagen. Da sind nämlich noch ein paar Specials drin, die eben auch wichtig sind, damit der Automat auf Servern, wie beispielsweise auf Griefer-Games oder auch auf anderen Multiplayer-Servern, nicht gecrashed werden kann. Das bedeutet, dass irgendein Spieler irgendwas tut, um irgendwie ganz viele Gewinne zu bekommen oder so. Solche kleinen Fehler und Bugs wollen wir vermeiden, deswegen erkläre ich euch, was ich hier noch alles hinzugefügt habe. Hier oben seht ihr einmal die Redstone-Line, die die Dropper bepowert. Hier unten drunter seht ihr die Redstone-Linien, die einmal hier die Trichter sperren. Hier ist diese kleine Straße, die habe ich hier ein bisschen länger gemacht, dass man ein bisschen länger auf seinen Gewinn bzw. auf die Items schauen kann. Das geht hier nämlich einmal rein, wandert hier einmal langsam durch, bepowert diesen Block. Dieser Block deaktiviert die Redstone-Fackel und diese Redstone-Fackel deaktiviert hier diese Linie. Dementsprechend können die Items dann kurzzeitig in den Trichter gezogen werden. Das sollte alles soweit bekannt sein. Hier unten haben wir auch nochmal das System mit den Hoppern. Hier sind die Goldblöcke drin. Ich sage euch gleich nochmal, warum die Goldblöcke hier in drei umbenannt sind. Hier vorne seht ihr nämlich dann einmal diesen Mechanismus mit der Redstone-Fackel, der diese Trichter sperrt. Hier geht dann das Redstone-Signal entlang, zack, hier haben wir wieder das Und-Gateway. Sollte auf allen drei Fackeln das Signal quasi aus sein, geht das hier aus, diese Fackel geht an. Geht einmal nachher ganz vorne durch und hier vorne haben wir unseren Gewinn-Drop, also da kommt dann der Gewinn raus. Ihr könnt ja selbst wählen, was ihr als Gewinn da reinpacken wollt. Hier vorne haben wir einmal in komprimierter Form das Token-System. Hier kann man den Token reinwerfen, das wird hier alles gecheckt, zack, hier vorne geht dann hier alles rein. Das habe ich glaube ich im Token-Video auch schon gezeigt. Hier haben wir dann ebenfalls diesen Kolben-Mechanismus. Hier vorne checken wir, ob die Items durchfließen, weil die alle durch diesen Trichter gehen. Dieses Redstone-Signal hier aktiviert dann wieder den Kolben, das hier vorne den Kondensator deaktiviert, sodass der kurz ausläuft und dann eben hier wieder Items durchlässt. Wichtig sind jetzt allerdings Sachen wie hier vorne. Ihr seht hier, der Komparator misst, ob in diesem Dropper ein Item drin ist. Sollten hier dann keine Items mehr drin liegen, würde dieser Komparator ausgehen. Das Redstone-Signal hier geht aus und die Lampe geht aus. Auf der anderen Seite steht dann, wenn die Lampe aus sein sollte, bitte Redoxcraft anschreiben, also mich anschreiben, sollte die Lampe aus sein. Die Lampe besagt nämlich immer, ob in diesem vordersten Dropper noch Items drin liegen. Sollten da keine Items mehr drin liegen, kann das Spiel ja nicht funktionieren. Da können ja hier vorne keine Gold- bzw. Kohleblöcke rausgeschossen werden. Dementsprechend ist dieser Dropper hier vorne der Indikator dafür, ob der Automat leer ist oder noch funktioniert. Deswegen solltet ihr auch darauf achten, dass in allen Droppern immer gleich viele Items drin liegen, dass nicht die hier vorne schon leer sind, während der hier vorne noch an ist und das System weiterläuft, obwohl es schon gar nicht mehr richtig funktioniert, weil hier hinten zum Beispiel keine Blöcke mehr drin sind. Da wir vermeiden wollen, dass Spieler in einen Automat, der gar nicht mehr funktioniert, weil er quasi leer ist und wieder befüllt werden muss, trotzdem Items da vorne reinwerfen, habe ich hier ein kleines System entwickelt, das hier nämlich eine Redstone-Fackel dann angehen lässt. Sollte hier oben nämlich das Signal dann ausgehen, weil nichts mehr drin ist, geht diese Redstone-Fackel an. Dieses Redstone-Signal geht hier einmal nach unten. Wir verfolgen das jetzt einmal und sperrt diesen Trichter sowie den oberigen Trichter. Dieser Trichter ist nämlich für das Token-System da und diese Sperre funktioniert quasi genau wie diese Redstone-Fackel von diesem Mechanismus hier. Sollten genügend Items ja hier drin sein, wird ja diese Fackel deaktiviert und die Trichter entsperrt. Sollten hier oben keine Items mehr drin sein, wird ebenfalls der Trichter gesperrt, sodass keine Items mehr durchlaufen können, bis eben neue Items hier oben nachgefüllt wurden. Mir ist gerade noch was eingefallen und zwar kann der Automat ja auch nicht mehr richtig funktionieren, wenn hier vorne der Gewinn quasi leer ist, wenn hier also keine Beacons mehr drin sind, dann geht hier nämlich eine Fackel an, das habe ich hier so gebaut. Dieser Komparator misst also, ob hier irgendwas drin ist. Wir nehmen jetzt mal alles raus. Hier, ihr seht, der geht aus, die Fackel geht an, das Redstone-Signal geht hier einmal nach unten und aktiviert diesen Kondensator. Und dieser Kondensator sperrt ja bekanntlich diese Trichter hier, sodass eben keine weiteren Tokens mehr durch können. Wir probieren das Ganze mal aus, wir legen hier Tokens rein und ihr seht, es passiert nichts. Sollte ich jetzt nach oben gehen und hier Gewinne reinlegen, in dem Fall hier Beacons beispielsweise oder was auch immer ihr da reinlegen wollt, seht ihr, hier vorne geht einmal der Kondensator aus. Jetzt ist er gerade wieder angegangen, er läuft wieder aus und es funktioniert alles ganz normal. Hier vorne ist auch die Fackel aus. Falls ihr euch wundert, warum ihr trotzdem manchmal das Redstone-Signal hier angeht, sieht, das Ganze liegt daran, dass die Redstone-Leitung ja bis nach hier oben verlegt ist und dementsprechend geht dieser Impuls, der hier aus diesem Block kommt, der ganz normal mit einem Mechanismus zu tun hat, geht hier auch bis nach hier oben. Aber das ist irrelevant, das können wir einfach ignorieren. Wichtig ist also nur, falls dieser Dispenser leer sein sollte, geht dieser Komparator aus, die Fackel geht an und da unten wird der ganze Mechanismus gesperrt. Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist, warum ich hier hinten diese Goldblöcke zu einer 1, diese hier zu einer 2 und diese hier zu einer 3 umbenannt habe. Das hat folgenden Hintergrund. Ihr müsst die Kohle- und Goldblöcke umbenennen auf Minecraft-Servern wie beispielsweise Griefer Games, weil die sich ansonsten durch die Wände zusammen stacken. Das bedeutet, man sieht nicht in jedem Slot quasi hier, ob da ein Goldblock oder ein Kohleblock liegt, sondern es kann sein, dass wenn hier überall Goldblöcke sind, dass die zu dritt quasi in der Mitte liegen und da das einfach nicht so schön ist, müsst ihr hier einfach die Blöcke unterschiedlich benennen. Ich habe die jetzt hier nummeriert mit 1, 2 und 3 und dann müsst ihr dementsprechend auch darauf achten, dass hier unten die Filterblöcke in diesem Mechanismus hier, den habe ich ja schon im vorherigen Tutorial erklärt, da müssen eben immer 22 Blöcke drin liegen, dass diese Filterblöcke eben genau so heißen, sodass hier wirklich dieser Goldblock auch reinrutschen kann. Sollte nämlich hier jetzt ein normaler Goldblock, der eben nicht 1 heißt, hier durchrutschen, rutscht er hier an der Seite durch und nicht durch diese Reihe. Bei den Kohleblöcken müsst ihr auf nichts achten, die könnt ihr einfach irgendwie benennen. Wichtig ist nur, dass die pro Dropper unterschiedlich benannt sind, sodass die sich hier vorne eben nicht stacken. Was ich jetzt noch sagen wollte ist, bitte zieht die Spieler auf dem Server nicht zu arg ab. Ihr könnt hier hinten selbst einstellen, wie wahrscheinlich ist es, dass Kohleblöcke kommen. Bitte macht auch wirklich Goldblock hier rein und haut nicht überall Kohle rein, sodass wirklich nur verloren werden kann, sondern guckt, dass es irgendwie ausgeglichen ist. Keine Ahnung, beispielsweise 2 zu 1, da könnt ihr hier zwei Kohleblöcke und einen Goldblock reinmachen oder so. Ihr könnt euch die Gewinnwahrscheinlichkeit auch selbst nochmal ausrechnen. Ihr müsst nämlich immer gucken, zu welcher Wahrscheinlichkeit kriege ich hier einen Goldblock. In dem Fall ist es 1 zu 3, wir haben hier insgesamt drei Stück drin und einer davon ist Gold, deswegen 1 zu 3, also 1 Bruchstrich 3. In dem Fall wären es 33,33%. Und das müsst ihr jetzt mit den anderen Droppern multiplizieren. Hier haben wir beispielsweise eine Gewinnwahrscheinlichkeit, wir machen mal hier 1 zu 2. Also haben wir 1 zu 3 mal 1 zu 2 mal 1. Das Ganze gibt eine Wahrscheinlichkeit von 1 Sechstel, also in diesem Fall haben wir eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 16,66666%. Ich zeige euch das jetzt ganz kurz nochmal hier mit Schildern. Wir haben hier eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1, das ist im Endeffekt dann 1. Hier haben wir eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 1 zu 2, haben wir gesagt. Und hier haben wir eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 1 zu 3, so. Wenn wir jetzt 1 mal 1 halb mal 1 drittel rechnen, kommen wir auf 1 Sechstel, das ist hier unser Ergebnis. Und 1 Sechstel ausgeschrieben, also 1 durch 6, da kommt eine Kommazahl raus und zwar, ups, jetzt habe ich aus Versehen mein Schild weggeworfen, und zwar kommt hier raus 0,1666666 und im Endeffekt sind das dann 16%. Um auf den Prozentsatz zu kommen, müsst ihr das dann quasi mal 100 rechnen. Dementsprechend steht dann hier 16,66666 und dann Prozent. Sollte sich im Übrigen mal eure Maschine aufgehangen haben, liegt es meistens an diesen Pisten hier vorne. Dieser Pisten aktiviert ja hier den Kondensator, ich zeige das mal noch ganz vorne hier an unserem Beispiel. Es müsste meistens an diesen Pisten liegen, da kann es nämlich mal sein, dass hier irgendwas mit dem Output-Signal nicht stimmt oder so, dass irgendwie kein Item durchgekommen ist oder sowas. Da müsst ihr einfach kurz diesen Block hier wieder bepowern, dass hier die Blöcke wieder nach unten verschoben werden, so dass der Kondensator hier freigeschalten wird und dieser Trichter wieder Items durchlässt. Es gibt jetzt noch eine Kleinigkeit, die ich euch erklären sollte, und zwar haben wir hier eine Druckplatte. Die Druckplatte sorgt nur dafür, dass hier drei Pistons hochfahren, damit kein weiterer Spieler in diesen Automat kann und versuchen hier, keine Ahnung, den Gewinn, die Beacons zu stehlen oder sogar die Tokens. Dementsprechend hier, ihr seht, da ist einfach eine Druckplatte, die bepowert diesen Block. Hier ist ein Komparator, der checkt, ob dieser Block bepowert ist. Dieser bepowert diesen Block, das wiederum die Redstone-Leitung hier bepowert, zack. Das geht hier einfach einmal außen rum, zack, 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 so dass eben am Ende diese drei Pistons hier bepowert sind. Wie ich bereits erwähnt habe, falls ihr dazu ein Baututorial wollt, dass ich mal zeige, wie man das Ganze hier baut, also ich baue das quasi Schritt für Schritt mit euch zusammen, dann schreibt es mal unten in die Kommentare, da mache ich das sehr gerne. Ich hoffe, ihr habt durch das Video jetzt verstanden, wie das Ganze hier funktioniert. Habt ihr noch den kleinen Sicherheitsmechanismus hier verstanden? Falls noch irgendwelche Fragen auftauchen sollten, stellt die mir gerne in den Kommentaren. Dort werde ich sie euch auf jeden Fall beantworten. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Falls ihr den Automaten nachbaut, lasst doch gerne mal ein Like da, dann sehe ich, wie viele von euch diesen Automaten selber nachbauen. Falls ihr weitere Casino-Tutorials nicht verpassen wollt, dann abonniert doch sehr gerne den Kanal. Ich werde auf jeden Fall noch mehr Casino-Tutorials hochladen und ich werde auch eine kleine Serie auf Griefer Games machen, wo wir ein eigenes großes Casino bauen werden. Das werdet ihr dann allerdings alles sehen. Ich wünsche euch wie immer einen traumhaften Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao! Outro 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 Outro